Der BVFI. Ja, ist der BVFI der Konkurrenzverband zum IVD? Nein. Wie Doc Bolthoff gerade sagte, IVD unwahrscheinlich sprach das Sprachrohr in die Politik und wahrscheinlich stark eben auch Rechtsberatung, Außenweiterbildung. Der BVFI ist euer Verband für Gemeinschaft, Wachstum und Unternehmenserfolg, denn wir alle sind ja Unternehmer und wollen noch weitere Umsätze haben. Ich gucke mal in die Runde. Wer von euch ist Landes- oder Regionaldirektor beim BVFI? Genau. Guckt euch um, sprecht mit den Kollegen, die können euch vielleicht sagen, warum. Und wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, kommt zum Stand. Gibt es auch ein Küsschen, entweder von mir oder von Ferrero. Könnt ihr euch auch suchen. So, danke. Einfach weitergehen.